Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Chaos Event 13. Heute zeige ich den Job als erstes des Munitionsmajor. Nach kommt OR-Chitter, dieser Maut. Danach kommt die Stopp-Axt. Ah, voll ablachen, der ist witzig. Also, ich lache auch ab. Danach kommt ein Job, Luftschiff. Das ist ein Hängegleiter. Und, Leute, danach kommt die... Leute, abonnieren, nicht vergessen, damit ihr jeden Tag den Shop seht. Danach kommt Raptor. Kostet 200 Rebugs und der Raptor-Rucksack. Noch die Spitzhacke vom Raptor. Die Patronella. Die Frau, die auch, ähm, kann, ich weiß gar nicht. Das ist die Machette, die Axt. Und Heli, der Hängegleiter. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's dir gefallen. Tschüss, Leute.